Hey Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Projekt! Wir spielen hier ARK. Mit dabei ist mein Kumpel Nenzo. Hallo Dennis! Na, Christy! Ich fotzt grad voll geil in Ihrem Baum. Au! Du fotzt mich hier, du Wichser! Ups, hoppla! Alles in zum Spiel. Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Oh, da ist jemand! Dennis, bist du tot? Du hast ihn zusammengeschlagen! Oh, was? Gloll! 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 Und jetzt Dennis! Hey, das ist voll uncool! Ich hab keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Meine ersten paar Minuten... Ne, ich hab schon ein Tutorial gemacht, oder? Da gibt gar kein Tutorial. Nicht? Keine Ahnung. Was hast du dann schon gemacht? Ach, nur einmal selbst getestet. Nicht richtig gemacht. Also ich hab echt... Ich hab keine Ahnung. Aber ich weiß... Ich weiß, dass man eventuell auf I öffnet. Und auf V sieht man craften. Auf V? Mhm, du drückst V und dann kommen deine Sachen, die du craften kannst. Okay. Und wie kann ich da mehr Sachen machen? Auf was geh ich denn überhaupt? Du drückst I? Hast du I? Moment. Erstmal leben, oder? Wenn ich mal sagen. Doll. Was denn das? Learn Engram. Und dann musst du auf Dings gehen. Auf View Engrams. Okay, ich lerne mal den Speer. Fünf Punkte hab ich noch. Ich kann gar nichts lernen. Eine Headchat. Headchat auch noch mehr. Mehr hab ich nicht. Okay, wie im V? V? Ja? Was brauche ich dafür? Fiber. Flint. Wo krieg ich Flint her? Äh... Flint kriegst du, wenn du mit ner Spitzhacke gegen Stein haust. Diese Fiber kriegst du, ähm... Wenn du diese Pflanzen mit E benutzt. Oder so. Ich brauch Holz. Wieso nicht kein Holz? Ey, wie krieg ich Holz? Du musst du mit der Faust oder mit ner Spitzhacke gegen Bäume hauen. Also bräuch ich ne Spitzhacke oder was? Oder auch mit der Faust. Ich krieg da kein Holz. Denn es gibt mir mal Holz. Ich hab nur zwei. Ich brauch eins. Für was? Für was? Für was? Weil ich meine, äh... der Axt will nicht mehr sagen. Ich hab nur fünf Holz gegeben. Ja, fünf geht auch. Hey, wieso kann ich mir ne Spitzhacke machen? Ah! Ich bin angegriffen. Nein, ich hab Dodo getötet. Das ist jetzt fertig. Ich soll noch Flint. Wo krieg ich Flint her von denen, oder? Hast du mit der Spitzhacke gegen Baum hauen? Äh, gegen einen Felsen schlagen. Okay. Wie kann ich, wie kann ich die Gegenstände in die Hand nehmen? Darunter ziehen, oder? Also was tust du herstellen? Sag. Ich hab mir grad in die Steinsspitzer gegangen. Ich hab auch einen. Dazu. Wir müssen uns schnell beeilen. Gäste klar. Wieso? Wenn's dunkel wird, ist vorbei. Ah, wir machen das. Erstmal den Torch machen. Wenn's dunkel ist. Warte. Essen und... Oh, was denn das? Also nicht angreifen, weil sonst der deck killt dich. Das kann ja schon. Der hat da gerade hingeschissen. Ja, scheiße. Erstmal mitnehmen. Was? Der hat da echt hingeschissen? Ja, Mann. Ich hab's genommen. Ich hab's noch nie gesehen, wo die wollen. Trinken, trinken, trinken. Hab ich da gerade geschissen? Ich hab gerade geschissen. Oh, wie geil. Ich hab gerade eiskalt geschissen, Dennis. Was? Hast du euch ja geschissen? Nö. Glaub ich nicht. Was macht dann? Achso, ja, dann. Ja, nein, noch nicht. Aber da... Wo ich mal selbst gespielt hab, hab ich voll oft geschissen. Ich dachte immer, da wär Dings gewesen. Ich hätte... Ähm... Mich... ...infiziert mit irgendwas. Was denn das? Was? Ich hab's nicht vergessen. Ich auch. Zerfetzt den Felsen. AHH! AHH! Was hab ich denn getan? Ich hab doch gar nichts getan! Sto... 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 Ich hab doch gar nichts getan von einem fetten Kriegler. So, ich schlag ihn mit der Axt. Hoppla. Hast du ne' Axt? Dennis? Ja? Wieso krieg ich bei der Spitzeiten geflint? Und bei der Axt, äh, Stein? Das ist... Kann man... Was denn gerade geschissen? Ja, hab ich. Das hab ich gehört. Ah... Wo ist die Kacke? Hier! Kann man das essen? Use item! Ihhh! Ich hab's gegessen, Dennis! Äh, Kacke! Ja, Mann! Du bist aber ranzlig! Wie steigt mein Level? Kommt nach der Zeit, wenn du irgendwas machst oder nur blödrumstehst. Aber es dauert lange. Du siehst ja, rechts an der Seite diesen Pfeil nach oben, ne? Mit dem Plus. Ja. Da das ist dann natürlich noch brauchst, bis du erwerb bist. Als nächstes brauchen wir... Ja, den kannst du leider vorher machen. Nein, leider nicht. Problem. Großes Problem. Oh, ich sollte was essen. Ich... Was kann man essen? Äh, Bären. Bären. Was für Bären? Ich sag mir mal allein aus. Alle. Alle kann man essen. Soweit ich weiß, kann man alle bei essen. Oh, ne, ne, essen wir nicht. Makes you sleepy. Ich will nicht schlafen. Oh, ich will dunkel. Ja, also du kannst keine Dings machen. Nein, ich warte bis ich level up und dann kann ich glaube Jens machen. Was schwimmt da in Wasser rum? Level up! Was? Nee. lasse ich liegen. Schon eklig genug, dass ich einen großen Aufnehmen haben. Ne, hier bin ich falsch. Hier, ne. Das ist Oxygen. Ich glaube, unter Wasser atmen. Melee, der Mensch. Crafting Speed. Movement. Mama Stamina. Ich mach mal das Lagerfeuer, ne. Ja, ich bin auch Level-App. Level-App? Level-App, ja. Ja, was... Was skilligig jetzt? Ja, Lagerfeuer, Prost, nicht mehr, das hab ich schon. Die Axt, will ich. Und ein Foundation. Also platzieren, ich jetzt mal 5 drücken und... 100 Tür. Und ja, so wie bei Rust. Bei Rust. Bei Rust. Was ist demolig? Demolieren. Oh, oh, nein. Das möchte ich nicht. Hopp. Moment. Moment. Was für Holz? Oh, ich hab Holz. Kann ich das auch irgendwie halbieren. Nö, so weit. Weiß nicht. Nicht mit Schiff, ah, mit Schiff. Doch, da nimmst. Oh, ich hab das noch nicht gewusst. Ich hab das auch nie gemacht. Also... Ich hab genug Holz, wieviel Holz brauchst du? Ja, ist schon drin. Ich hab 22. Ich hab schon drin. Ich hab schon schwer. Auch einen. Ah ja, Stefan, komm! Was? Wo bist du? Bei dem fetten Dino. Bei welchen? Da, vorhin. Ja, was ist los? Da hinterher zu dem Ding, da gibt's immer Sachen. Im Dunkeln. Da hinten, ja, wenn du Glück, wenn man überlegt, ich kann ja kurz hinlaufen, du bleibst hier. Ja, ich nehm auf, dann ist. Nee, stimmt. Warte kurz. Ist nur die Kunde dunkel. Boah, ich schuck mich, dachte schon, ein fettes Viecher oder so. Die Frage ist ab, welches Level man braucht dafür. Ja, komm. Geh mal. Ich will ein Speer. Ich musste gerade Dodo töten. Ich brauch was zu essen. Ich hab sieben Stück, jetzt was gesagt. Oh, was, was, was mach ich? Was mach ich? Abbrechen. Nein. Jetzt hab ich noch ein Kämpfeuer. Ja, gut, dann kann man auch irgendwas anderes gebrauchen. Wer will das dann dort nehmen, nicht oder willst du es nehmen? Ich hab grad nicht schissen. Ich auch. Ach, da warst du das. Mit Schiff kann man laufen, weißt du, oder? Ja, durchs Wasser durch den ist. Da kann man nicht laufen, ja. Ich hoffe nicht, dass Sieg ein Krieg ist. Boah. Ich hatte gerade ganz kurz einen Leck. Ja, das meinte ich. Bei mir ist es oft so. Es pisst, natürlich. Alles mit mir, was ich finde. Ich brauch, ich brauch. Ich brauch Bären. Wo bist du jetzt? Ich brauch Essen. Ich geh zum Licht. Ja, ich bin auch da. Geh nicht zum Licht, nein. Nein. Soll ich die Rüstung herstellen? Keine Ahnung. Ich kann Hose und Brust. Aber dafür brauch ich dieses Pfeiffer. Äste, glaub ich, sind das. Bist du das da? Ja. Schock mich doch nicht. Oh, es ist hell. Oh, meine Augen. Oh. Willst du das anklicken oder solche anklicken? Ich nehm auf. Lass mich mal nachschauen. Mach das. Oh, ich brauch was essen, weil sonst geht's drauf. Ich muss auch was essen, warte. Hä? Ich wollte was essen, die Scheiße. Oh Mann. Mein Essen ist immer noch leer. Also, Bärenfressen bringt gar nichts. Doch, ganz wenig. Funktioniert das? Ah. Mit E-Mustet aufklicken. Was haben wir denn da? Fiber. Tank. Steine. Also, nur Ausrüstung. Ich brauch Licht. Kalsches. Bisschen. Ähm, was will ich jetzt bauen? Wie viel Fiber hast du bekommen? 60 oder sowas. Oh. Könnte ich gebrauchen. Für. Dann könnte ich Rüstung bauen. Ich glaube, wir sollten immer erst mal warten bis Tag, jetzt, bevor wir hier uns ausrüsten. Wir sind hier leichte Opfer. Ich sammle dabei für Büsche. Was war auch denn Fackel? Ja, natürlich. Musst du auch immer eh einzeln drücken, kannst du da draufbleiben? Ich kann draufbleiben, ja. Wieso kann ich nicht draufbleiben? Aber ich drücke immer einzeln. Das finde ich irgendwie besser. Besser. Ich bin so nett. Basisch. Ich kann es nur benutzen. Ich finde es gut. Ich bin mir vor illumined. Ich bin ganz schön. Ich bin so nett. Ich binちょっと donc es haben wir Gloria climbingش. Aber in redeemen bei blowendes Begraphy, und die Logistell enhancementige Hunt. mit dir auch gerne wenn man später weil so viel Holz im Gesicht im Gewicht auch gleich überladet ich habe stehe rum das um ein Essen wird kaputt gehen hast du Lagerfeuer gebaut ja hab ich und und zumal fleisch zumal fleisch hatsch kannst du auch benutzen als Feuer es ist heute zumal aber wenn man einzig überdoppelklick drauf kann man die Einzelnen das muss ich nicht dieses touch touch hier da Stroh auch da bist du du hast gerade nicht da das 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 umgekehrt also auch noch so ist der Tetsch drinnen ich hab so eingetragen das ist ein Dorf was macht es und ich habe 200 davon gehabt beziehungsweise noch mit jetzt sind wir hier im Licht kommt er sagt Bescheid ein achten schon doch wo ich in den ganzen Neuristen nur Hose und Brust wie schon gesagt solche Bauern ich kann es machen was ist was ist der Tetsch er wird der Tetsch 8 8 es 4 ich hab von welchen ich bin ich bin was soll ich lernen denn wenn wir sind wenn wir irgendwas jetzt schon irgendwo vorhaben wieder zu lassen was glaube ich klar war das ist so lieber die anderen Sachen machen die Wand und so was auch so gar nichts ich habe nur von derischen ich muss leben Türen was das Wort ist um Wasser zu füllen Wasserbeutel da brauchen wir Lernst du das oder soll ich das keine Ahnung kannst du bis jetzt brauchen wir nicht du kannst auch jetzt einfach so ins Wasser gehen und eh drücken dann trinkst du das auch ich mach mal das dazu brauche ich auch eine Tür und eine Touchwall also ich habe jetzt alles gelernt ich habe nur die von derischen mehr aber aber ich bin jetzt nicht niederlassen nein nimmst du das vielleicht 2 er kann machen kann ich nicht mehr nämlich der Werner die Kohle mit ich brauche keine Kohle ich habe zu viel Gewicht schon er sollte einen Platz finden und er ist wieder heller was das Lilla auch so ein Ding wo wir von Gratland aber die Sender stimmt da bei den Steiner war ich nur nie deswegen weil ich nicht ich sehe dich nicht hinter der Ex-Armenglad ich so will gerade Busch ich will nicht sterben zurückkommen